Sogar am Weihnachtsabend wird in Lampardheim mit Leidenschaft Sport betrieben. Ganz ruhige Gegend hier, spielen Fußball, wählen, alles gechillt so. Wir sind eigentlich normaler generell immer sonntags hier, weil wir auch Schuhe da haben, Arbeit haben und so. Aber jetzt in den Ferien und wir sind ja alles keine Christen, wir sind alles Moslems hier und wir feiern ja keine Weihnachten, heute ist ja Weihnachten, deswegen sind wir heute alle hier. Wir haben hier Kurden, Albaner, Türken, Somalier, Piraten. Ja, hier sind die Kurden. Ich bin Albaner. Und Somalier, hier ist Jocheuna. Das ist schwarze Perle. Ich bin hier öfter mit meinen Freunden, ich spiele Fußball aus Lust und Ordnung und so. Wenn wir nichts Besseres zu tun haben oder wenn wir gerade keine Arbeit haben. Bei uns spielt die Ältere keine Rolle zum Beispiel. Wir spielen mit 15-Jährigen, 14-Jährigen, halt so mit der Jugend, so 14 bis 18 so. Wir sind alle fair, es gibt ja keinen Schiedsrichter. Und wenn es ein Foul ist, gehen wir auch den Ball zurück und so ist alles kein Problem. Es ist ein bisschen gefährlich, wie Sie sehen, und das ist ja alles uneben. Es ist so gefährlich, auch hier Fußball zu spielen, ob die uns mal einen neuen Bolzplatz sponsern würden. Also für die Lampardheim, damit die Jugendlichen, weil es war früher, es war vor zwei Jahren viel mehr hier, also hier viel mehr los, weil hier waren so viele, da war alles noch okay. Aber jetzt, keine Ahnung, hier sieht ein bisschen alles älter aus, ob die uns da mal was Neues machen können. Lampardheim bietet etwas für die Jugendlichen und das wird anerkannt. Danke an den Herr Meuer, an unseren Bürgermeister. Dankeschön. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, frohes Fest, guten Rutsch. Ihnen auch. Er kann ja nicht alles machen, der Herr Meuer, der ist ja auch so, er kann nicht alles machen. Der macht so viel genug und so, vielleicht hat er das vergessen oder lässt dabei noch Zeit und so. Das ist kein Thema. . Vögel. Z precio. Wenn es nicht so weit ist, dann geht's. Wögel. Es passt. Es ist ein bisschen. Wögel. Mazen, wie viel, sehr, sehr, sehr glücklich, warm und so. Im Lingen, wie viel, sehr, 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 sehr glücklich. Bis zum nächsten Mal.